Jetzt sind wir durch schienische Warnenwick die erste Durchsack-Band gebildet worden. Die Musik ist schwieriger, das Marschtempo schneller und das Durchformen. Also, jetzt können wir schon die Schuhe auskommen. Wir können hier noch eine Zeige zum ersten Mal in der Schicht von Baselverkommen in Schauer Indien. Willkommen, Koudini-Homeschool-Pipe-Bands! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!